Da! Hallöchen, herzlich willkommen zu... Borderlands 3! Leo, hast du das mitbekommen? Ja. Okay, gut. Oh, ich hab hier... ein Echo. Cool. Erledigt! Es ist erledigt! Und es gibt kein Zurück! Ich kann's keiner Seele sagen! Pssst! Ich muss abwarten! Hätte nicht so kommen müssen! Aber diese blöde Sirenen-Schlampe stolz hier drum, als würde das Kloster ihr gehören. Sie ist abgehauen. Und jetzt ist sie die große Verteidigerin von Athenas. Nun, wir werden ja sehen, was passiert, wenn der Sturm hereinbricht. Und wenn Malivon erst das Fragment hat, gehört das Kloster wieder mir. Oh nein, da kommen die Reköre. Guten Abend, Bruder Sinon. Wie läuft's, Kleine? Wenn ich die Statue der Stille noch eine Minute länger anstarren muss, pinkle ich drauf. Das schwöre ich. Wärst du nicht die Erste? Na bitte, du verstehst das. Bis später, Bruder Sinon. Mach's gut. Oh, Kind, warte. Geh lieber rein. Da braut sich ein Sturm zusammen. Was faselst du da? Es ist kein Wäldchen am Himmel. Schon, aber auf Athenas schlägt das Wetter schnell um. Such dir besser ein sicheres Plätzchen. Okay, ich nehme mal die Christian. Mhm. Mhm. Komm schnell her. Die heilige Destille ist von Wretches befallen. Hier lang. Wir sind ja Kammerjewer. Den sechs Stürmen sei Dank. Mein Gebet wurde erhört. Die heilige Destille. Die Bärm oder Wendel vom aufkommenden Sturm der Gewaltlosigkeit verschworen. Ich muss dich um Hilfe mit diesen bösartigen Wretches bitten. Du musst sie für mich vernichten. Läuft. Da wären wir. Und jetzt schnell rein. Bevor die Wretches diesen heiligen Ort komplett überlaufen. Wer stoppt sich da Zigaretten? Äh, sicher nicht. Niemand? Ich hör's doch klopfen. Nein, das ist auch ne Kreditskarte, die über einen Spiegel geklopft wird. Ich weiß nicht, was da passiert. Ach so. Das ist mal Katze im Katzenfuhl eventuell. Die zieht auch noch in den Spiegel. So was aufzulösen. Ach, da geht's rauf. Hups. Wenn ich keinen Eid geleistet hätte, würde ich es selbst erledigen. Aber ich darf nicht mal eine Mücke erschlagen, wenn sie mich sticht. Ach, hätte ich doch nur nicht den Weg der Gewaltlosigkeit gewählt. Oh, Rex Königin. Du hast du an meiner Stelle schlachten, rechtschaffener Held. Boah. Ich beneide dich, Kammerjäger. Dich belastet kein Eid. Du bist kein Sklave der Sittlichkeit. Jage diese widerlichen Wretches und reiß die noch schlagenden Herzen aus ihren elenden Brustkörben. Beschissener Tag für dich. Joa. Es scheint, als wäre dieses Monster an einer Alkoholvergiftung gestorben. Ah, tu mir einen weiteren Gefallen und bring mir den... Hier ist noch einer. Die Leber sammeln. Hier ist noch eine große. Mit dieser Ratschleber kann ich wunderbaren Fuse herstellen. Achso, ja. Okay. Leer schießt nicht gut. 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 Ich habe gerade eine andere Waffe gehabt. Alles Gute. Weide sie aus, mein himmlischer Killer. Streu ihre Eingeweide über die Erde wie Darmkonfetti. Was? Okay. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deine Führer aufs Leben. Ach, da oben war das... Alles mussten wir hier selber machen. Warte mal, wenn wir da langen sollen, was ist denn... Hier sind noch welche hinter. Da habe ich wohl Leo hingelaufen. Ich gehe mal zu Leo. Diese Ratschleber ist perfekt eingelegt für unsere Zwecke. Ein rechtschopferes Gemetzel. Finde auch den letzten Ratschstock und mach dieser Plage ein Ende. Geh, mein Blutüberströmter Streiter, geh. Das Massaker wartet. Was geht denn mit dem Ophi? Schick die Bestie schreend in die Nähe. Spalte ihren Schädel und tränke diesen heiligen Ort mit ungeheuerlichem Blut. Ja, 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 die Qualen sind berauschend. Waffenkiste. Gute Waffenkiste oder so eine billige? Normale Waffenkiste, keine Ruhe. Ich komme gleich zu euch. Ich habe hier noch einen Wedge-Nest zu bekämpfen. Komm zu dir. War mir da ein Aketenbatter für 600 drin. War mir... Gutes Geld. Du musst mir gleich zeigen, wo die Kiste ist. Ja. Ah, da sieht die letzte Leber, ne? Ah, das war mitreißend. Den sechs Stürmen sei Dank, dass du im richtigen Moment hier warst. Wenn die Malihorn-Plage beseitigt ist, werden wir auf dein himmlisches Blutvergießen anstoßen. Schnapp dir den Klöppel und läute die Rauschglocke, um mich zu rufen, wenn du bereit bist. Dich erwartet eine Belohnung. So, dann komm mit. Moment, Moment, Moment. Da bin ich. Wenn wir Mönche den Eid der Gewaltlosigkeit leisten, müssen wir all unsere weltlichen Waffen ablegen. Sie werden nicht weit von hier gelagert und ich empfehle dir dringend, was auch immer du brauchst, aus unserem Waffenlager zu nehmen, mein vivisizierender Rächer. Komm dann zu mir zurück. Ganz am Ende von da. Ja, ich sehe es schon, aber es ist nur irgendwas Grünes drin. Ja, bei mir war es ein Raketenhaube 600 halt, ne? Ja, ich dachte kurz, es wäre gut, aber es war nur ein Sniper. Wo wart ihr? Also, du hast dir nur die Kiste gezeigt. Genau, genau, genau. Alle bereit? Da bin ich. Na, Waffenküste. Oh, was hier drin ist. Grünes Zeug, Idiot, da ist voll nach Leckmetern. Deswegen nehme ich nur noch Zeug mit, was über 150 wert ist. Ich rede mal mit ihm. Ich gebe zu, dass ich ob meines Beitrags zu deiner unbändigen Gewalt zwiegespalten bin. Doch vielleicht sind derartige Vergehen ja der Wille der Stürme. Du hast mir Anlass zum Nachdenken gegeben, Kammerjäger. Und Anlass zum Trinken. Prosit. Das sind wirklich glückliche Stunden. Nichts dabei. Nein, das ist nur Schrott. Ich werfe nur Schrott weg. Ne, ne, ich habe gerade bei mir geguckt, ob ich irgendwas mit neuen Waffen habe, was ich einsetzen könnte. War aber nichts dabei. Sag mal, habe ich vielleicht mal ein Postfach. Ich bin nämlich so gut. Sag mal, kommen die anderen hier jetzt alle zum Saufen? So sieht es aus. Oh, wir haben Waffen gekriegt im Postfach von Cesar Mannag und nochmal irgendwas. Ja, aber da muss ich ja das verkaufen, sonst bringt es nichts. Oh, die Pumpkinke verkehrt. So, was war das gerade mit der Pumpkin? Eine Sniper-Pumpkin? Äh, was ist das? Es gibt jetzt auch, also, es gibt jetzt auch Radioaktivität? Ja, die habe ich schon lang. Ich habe noch nie eine gesehen, die das konnte. Jetzt kann ich umschalten zwischen Elektroschaden und Radioaktivität. Ja, bei Radioaktivität, ähm, dann, ähm, laden die auf. Wenn wir explodieren, gibt es eine radioaktive Wolke und die verstrahlt alle anderen in der Umgebung. Das ist eine Hammerlocks Pistole, Doktor, guck sie dir an. Hier, bei mir. Das ist die Pistole? Ja, das ist eine Schrotplinte mit, mit, doppeltläufige mit, mit dem C-Fan-Rohr. Ja. Die sieht ziemlich geil aus. Habe ich auch eine. Ja, die gab es jetzt gerade von Hammerlock da. Ja, die, die. Ja, halte ich gerade meine Taktik, die zum Kopf sind Waffen-Skin. F. Dann. X. Jedes Mal. Uh, so sieht die geil aus. Hochpoliter Stahl. Ich, oh. Oh, reisen wir gerade? Nein, ich bin nur einen Meter zu weit gelaufen. Kann ich das haben? Danke, bis später. Ava. Grave Robber, aspiring Vault Hunter. Okay. Immer die Auszubildenden. Du bist aber klein. Äh, war Azubi. Ich war hier gerade am Leichenplündern. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya so normal? Ich dachte, die macht das, was du am liebsten tust. So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Wie du das sagst, klingt das toll. Gefällt mir. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern, wenn Maya mich mit mehr beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier. Und, plündern wir jetzt den Friedhof oder was? Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null. Gar nichts. Na los. Das ist kein Automat. An alle. Hier spricht Captain Croft. Die Mönche sind auf diesem gruseligen Friedhof. Erledigt sie und macht mich stolz. Dann schminkt ihr jetzt eine Runde Softball. Du wirst zerspringen. Du wirst zerspringen. Du bist am Ast. Aber sowas von. Sniper mit der Schrotfind, der macht einfach nur Spaß. Hier kommt was! Bam! Ich mag diese Waffe. Das Grab kriege ich ohne Probleme auf. Was hast du zu bieten, Grab? Nichts! Okay. Maja sagt, die Mönche haben Eridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Ausgeben haben. Da unten ist die Mappenkiste. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Dann wirst du? Leer. Blöd. Aber ich weiß, ob wir es noch probieren können. Hier spricht Captain Chant. Nochmal. Wieso werdet ihr statt in Putz euch überhaupt? Habe ich den Dicken gerade umgehauen? Er ist umgefallen, ja. Hat sich gerollt. Das ist wie Schrotwinsel. Da ist noch einer. Meditationsplaneten zu Feindstaub. Töten wir sie und plündern sie dann. Durchrechte in der Taschung. Schutzdumpen. Warte, warte, warte. Sein Worte. Nichts, warte. Vergehe. Gehen wir uns, was meine Aschung macht. Wer ist wohl? Kehlworte. Lebe wohl, Kehlworte. Ach. Doktor, der Typ mit dem Pass. Oh, sorry. Alles gut. Du besser. Ich mach das. Nein, der ist mit dem Pass vorbei geraten. Ich habe auch das Pass geschossen. Das Pass hochgegangen. Badass Knock. Ja, jetzt sind fast hin. Das war's. Und das auf. Ach, was ist denn? Ach, wenn den noch schon hoch ist. Dann schlage ich halt eine größere Visage ein. Den habe ich ja gemeint, ja. Das ist schon. Licht auf. Schon bekannt. Sprengsatz raus. Oh nein, das geht auch voll. Oh, 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 oh. Komm schon, leg mir los. Ich feiere die Schrottwitte in diesem Spiel. Oh, da habt ihr das hinten abgespielt da oben? Noch nicht, ne? Ich hab das hier. Ich mach mal. Klebrig. Wieso ist das klebrig? Äh, Mönche sind so schräg. Bereit? Der Flithof. Da ist es passiert. Ich bewunderte gerade die Gräber, als die Sirenenkönigin Deidum mich fängt. Oberst starben Einbringlingen. Meint ihr irgendwelche letzten Wünsche? Und ich sage, wie wäre es mit einem schönen Tanz? Sie schaut nachwöhnisch, nickt aber dann und greift meine Hand. Ich erinnere mich an ihr graues Haar im Mondlicht und wie ihre knochigen Finger meines Arsch nicht mehr loslassen wollten. Kutzt darauf, knutschten wir auf dem Grab und ich hab eine Sirenenfreundin. Oh, okay. Ratchet! Ich hasse Ratchet! Oder sagt man Ratchet? So oder so. Sie müssen sterben. Sie scheinen das Eridium gefressen zu haben. Aber Maja wird viel mehr davon brauchen. Letztes Grab. Dann können wir zu diesem Fragment. Mann, seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen jucken mich echt in den Fingern, Mann. Ich brauche Sperrfeuer! Ja, Ratchetangriff! Weg hier! Das steht nicht in meinem Vertrag. Was zur Hölle? Ein großer! Großer Ratchet! Verdammt, großer Ratchet! Egal, ich kümmere mich hier mal um die Typen. Dein Tier wirft ein Fass. Wow! So, so ist... Ah, ich... Hilf mir hoch, du Depp! Dein Tier hilft dir hoch? Ja! Ja! Ich bin kampfbereit. Wird Zeit, nachzuladen. Oh! Und hinüber. Das Eridium ist bestimmt voller Fett in den Reinen. Du sollst es aufnehmen. Zur Sicherheit! Ja! König, damit krieg ich schon ein Treffer an. Oh, da hat jemand so eine lustige Waffe. Cool. Bring mir das Eridium zu Maya. Oh, was ist die... Oh! Was sind für eine lustige Waffe? Weil die, was beim Nachladen dann rumsteht und auf Leute schießt. Achso. Ich muss mal ganz kurz... Ich hab da einen Klassenbot, den Legendären gefunden. Nicht zurückhalten! Oh, der ist gar nicht für mich, der Klassenbot. Der ist für den Doktor. Ein Legendärer. Oh Gott. Geh mich doch, wenn der Kampf hier vorbei ist. Dann kannst du mal gucken. Oh! Ich hab hier modisch gebaut. Doch. Kommt hier. Ach, du kannst nichts aufnehmen, oder? Nee, ich kann jetzt grad nichts aufnehmen. Machen wir nachher. Okay. Schluss mit den Spielchenmönche. Macht euch bereit für ein Gottesurteil von mir. Truth! Okay. Maya will den ganzen Spaß beim Maliwan bekämpfen für sich. Scheiß drauf! Dieser Trump ist voll übel und ich will ihm selbst in die Hände retten. Ich mag die Kornkorn. Na, die macht die Tür. Ich muss mich ja gut zeigen. Ja, ich muss mich ja gut zeigen, ne? Der Kammerjäger kann sich um Maliwan kümmern. Achso. Wie kommt sie uns? Verstanden, Maya! Ja, er wollte auch grad. Ja, ich hab den Korn gestattet. Ja, ich hab den Korn gestattet. Die Spielzahlen. NaKopf! Intenken, Entspannungsübungen! Schon besser! Hu, hm. Mm, hm. war für mich nicht auf ich mag deine wäcker ist ich habe mich so gefunden und immer freut mich schön ich liebe das klappt jetzt habe ich nicht so alles gut Das heißt, die muss hier gar nicht mehr nachgucken, so wie es aussieht. Läuft gut beim Sammeln. Achtung, Rebellenmönche von Athenas. Hier spricht wieder Captain John. Äh, äh, ich verliere langsam meine scheiß Geduld. Also drücke ich mich möglichst möglichst aus. Zieht es doch in Betracht aufzugeben, während wir euer geschätztes Erbe zertrampeln. Weil, äh, wir besser sind als ihr. Hier ist eine Echo. Jetzt könnte es aufheben. Also gut, Ava. Wo ist es? Nicht hier. Oder sonst wo. Weil ich gar nicht weiß, wovon du redest. Also kann ich auch nicht wissen, wo es ist. Schon klar. Das Buch. Ich sehe es in deiner Tasche. Gib es her. Meinetwegen. Ist eh Mist. Ich kann das Zeug sowieso nicht lesen. Nun, das wirst du eines Tages. Moment mal. Ich trage es immer bei mir, außer wenn ich schlafe. Hast du dich in mein Zimmer geschlichen? Ähm, nö. Hab's in einem Vogelnest gefunden. Hey, wer ist Nöriat? Nöriat. Keine Ahnung. Wo hast du den Namen denn gehört? Hast du im Schlaf vor dich hergemurmelt? Und du hast das vom Vogelnest ausgehört. Kacke. So, ich sammle mal kurz Klappi hier ein. Wir schrauben beim in die Tasten hauen. Man sollte nicht meinen, dass unsere Hände zum Klackierspielen gemacht sind. Jetzt sie auch nicht. Der Typ hat ein Südde-Pulch-Harmonie-Modul. Diesmal wird jemand keinen Grund haben, die Karaoke nachzuschwänzen. Wie gesagt, hier oben ist noch eine Waffenkiste. Leo, leckst du? Ja. Nee, alles gut. War gerade ein Begriff, jemand zu töten. Dann habe ich es mir anders überlegt und bin gestorben. Nee, 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 dann bin ich ja wieder auch abgestanden. Es war mir ein Vergnügen. Da hätte es noch. Ja. Ob ich ihn noch mit meinen 21 Schuss niederstrecken kann? Ich glaube nicht. Er schützt mich! Ah, sein Arsch lässt sich hinweg geschossen. Ich brauche ein neues Magazin. Dann wird er halt bestrahlt. Guck. Das sind die Strahlenexplosionen. Siehst du so? Das ist Radio 4.2. Ich mag diese Viecher. Oh, ob es wie bei Borderlands The Priest Sequel irgendwann einen Laser wieder gibt? Ah, mein Inventar ist schon wieder voll. Mann. Meins auch. Ciao. Ja, ist so langsam wird es mal Zeit für ein Verkaufsautomat. Es gibt ja einen ganz am Anfang von der Map. Das ist ja kacke. Ja. Du siehst ja nicht. Erstmal um die Crew-Missionen. Ich will gerade mal gucken. Okay. Hier gibt es noch ein Radio und ein Log. Guck mal, als ich gerade okay gesagt habe, ging Google an. Auf meinem Handy. Wenn ich sie fliegt. Halt die Klappe jetzt! Aber du hast doch gar nicht Google gesagt. Nein, ich habe okay gesagt. Es sei denn, wir spielen, macht die Mönche tot! Das wäre echt gut. Macht die Mönche tot? Ja, kommt her, Gegner. Die sind doch schon da. Oh. Nein, ich bin... Oh, das war's ja schon. War wohl gut. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir müssen hier runter. Ja. Na dann. Alle bereit? Nein, nein, warte. Okay. Ich muss noch irgendwas wegwerfen, um etwas anderes einsammeln zu können. So. Okay, jetzt bin ich soweit. Achso, okay. Habt ihr auch Platz im Inventar, weil das gibt garantiert einen Bosskampf. Ich habe kein bisschen Platz mehr, aber ich hoffe, dass ich das Zeit nachher einsammeln kann. Das ist Tron. Und wenn es halt was Gutes gibt, dann hoffe ich, dass ich sowas wegwerfen kann. Scheißvieh ist resistent. Elektro. Elektro-traum. Nee, resistent gegen mein Move. Ich liege. Ja. Helft dir, Leo? Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich bin ein bisschen weiter weg. Ah, das spawnen gerade noch ein paar weitere Gegner. Niemand liegt. Sie liegt schon wieder. Ja, also sein Schild ist schon mal unten. Nimm lieber gleich zwei. Wart mal hier in der Nähe von dem Schild, du bist geheilt. Ja. Ich glaube, Feuer bringt es gar nicht mehr. Ah, hier unten. Ich würde sagen, schießt auf seinen Rücken, aber wenn ich jetzt in der Explosion sehe, wo sein Rücken ist. Oh. Oh. Willst du schon wieder? Ja, aber er ist echt tot und ich gebe wieder. Wir standen in einem Feuer, der hat hinter uns die Explosion gemacht. Ja. Okay. Kammerjäger, du hast Trond erledigt? Sehr schön. Er ist tot, nur das zählt. Aber ja, er war der Schlimmste. Du hast das Eridium? Her damit. Bitteschön. Ich konnte Eridium nie so nutzen wie Lilith, aber ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Okay, es kann... Los gehen. Wir sehen. Vielleicht ist Gewalt verzichtbar, solche Aggressionen. Es... es funktioniert. Ich gebe zu, die Gewalt unserer Retter fasziniert mich. Hm. Heilige Scheiße. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Planeten-Face locken. Bring mir das sofort bei. Oh, an diese Art von Kraft könnte ich mich gewöhnen. Okay. Ah, ich habe nichts Williges mehr, um wegzunehmen. Holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Da, ich habe was gefunden. Ohne das. Vielleicht ist Gewalt verzichtbar, solche Aggressionen nicht das Richtige. So, Ava, du hast die Invasion also überlebt. Offenbar hat dich das stundenlange starrenden Wasser doch was geleert. Ich komme schon klar. Ich habe kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Okay, Trainingskampf. Eigentlich gerne. Aber ich muss noch Beute sortieren. Nein, pack eine Tasche. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen mit dem Kammerjäger. Was, echt jetzt? Ich meine, cool. Na gut, könnte Spaß machen. Ich packe mein Zeug. Kammerjäger. Schau dir das. Ich habe keinen Platz mehr. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe doch, ihr wisst zum nächsten Mal bei Borderlands 3. Macht's gut. Tschüss, tschau. Tschüss. Tschau.